Gestern konnte das Prattler Museum im Bürgerhaus sein 25-jähriges Jubiläum feiern. Hier ein paar prominente Stimmen zu diesem Anlass. 1987 dann der grosse Schritt. Es gab den Silberstreifen am Horizont, der 1987 das dritte Dorfest stattgefunden hat, zur Eröffnung des Kultur- und Sportzentrums. Der Einwohnerrat hat dort im Verkauf der Zellenschüren hier hinter uns zugestimmt und hat dann der Bürgergemeinde das Haus verkauft, zum symbolischen Preis von 1 Franken. Die Bürgergemeinde Prattler stellt dem Museum die Räumlichkeiten gratis zur Verfügung. Sie finanziert den Verein Kultur Prattler zusammen mit der Einwohnergemeinde und in ihrem Auftrag handelt sie. Hier sieht man, dass die Bürgergemeinde Prattler die Kultur sehr am Herzen liegt und damit kann die Gesamtbevölkerung davon profitieren. Das Dorfmuseum selbst, wie wir es nennen, wird eigentlich seit Alters her, seit vor 25 Jahren aufgemacht hat. Immer von einer Standardausstellung, das ist eine Bauernstube eigentlich mit einer Küche, die bleibt. Dann haben wir Sonderausstellungen, wie jetzt zum Beispiel eine Wasserausstellung. Und haben zum Teil natürlich auch noch, vor allem im zweiten Stock oben der Industrie, haben wir dort noch Sachen ausgestellt. Das Oberst oben ist dann die Alderbahn, die sich sehr grosse Beliebtheit erfreut. Wir sind hier in der Alderbahn, im Dachstock des Bürgermuseums und stellen euch die Alderbahn vor. Die Bahn ist selber gebaut worden vom Pfarrer Alder, aus alten Blech, hat er Wäge und Locken gebaut und nachdem er 1987 gestorben ist, ist die Bahn zuerst im Lager stehen geblieben und später dann im Bürgermuseum hat sie aufgebaut werden können. Mit dem Museum greifen wir Themen aus, die in die Geschichte des Dorfes gehen und diese verknüpfen mit der aktuellen Situation. Hinter den Kulissen des Museums wartet aber auch sehr viel Arbeit auf uns. Wir brauchen neue Archivräume, die eine angemessene Lagerung zu lassen. Wir bekommen den zweiten Teil des Hauses und das eröffnet neue Möglichkeiten für dieses Museum. Das heisst, wir sind daran, ein Konzept zum Gebrauch dieses Haus neu zu bedanken, auch in Bezug auf die Urausstellung. Wir haben in Brattelen ein wunderbares Museum. Und das Museum, nach 25 Jahren, darf man sich überlegen, wo es weitergehen soll. Es gibt ganz viele Museen ähnlicher Art im Kanton, in der Gemeinde. Wir haben eine Zusammenarbeit mit dem Kantonsmuseum. Und da gilt es jetzt zu schauen, auf was konzentrieren wir uns in der Sammlung, was soll in die Urausstellung, was gibt es für Möglichkeiten für Wechselausstellungen. Das sind die Fragen, die die Arbeitsgruppe, die ein Konzept für das Museum in der Zukunft macht, probiert zu klären. Das ist die Frage. 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 Vielen Dank.